Abenteuer, Abenteuer, kein reichen Eschen trinken, Abenteuer. Alles, was du nicht kannst, kann dein Geld. In der Schenkel, Abenteuer, in der Schenkel, in der Burg. Alles, was du nicht kannst, kann dein Geld. Auftritt des Narren. Sieben, acht, zehn, elf. Hier folgen Zahl und Namen der Küche. Xerxes rief Senf in den Straßen aus. Meister François Villon sah ich gerade, wie er Xerxes fragte, was eine Portion Senf kostet. Einen Hacker. Romulus betrieb ein kleines Salzgeschäft. Cleopatra Zwiebelhöckerin. Ach, sprach der Kyros Kurirte. Helena vermittelte Stubenwitsch. Insel. Ah, manche loben den Chiracu. Andere den Kerstin Winklitz. Raketen veröffentlicht. Chiracu. Auf dieser Insel wird dich geküssen. Aber der Brust und der Glückst. Er hat den Verstand verloren. Herzschensqualen. Hector und Achilletronianischer Krieg. Nichts als Dichtung. Kunstwolle. Lügen. Und das soll der Grundstein unseres Scheiterhaufens sein. Wie man sich brennen sehen. In seiner Fantasie sieht er, was er nicht sieht. Hältst du ihn für verrückt? Zweidunchen Tollheiten. Das Heilmittel für seinen Wahn. Nie habe ich gelesen, dass man verbunschene Ritter in einem solchen Käfig verschleppt hat. Es muss das Werk von Neid und Türke böser Hexenmeister sein. Die Teufel sind gerissen. Scheint dir, dass besagter Teufel nach Amkra riecht, dann täuschst du dich. Oder sie täuschen dich, weil sie dich nicht getäuscht haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017